Die Pfeffermühle. Ich glaube, wir nehmen jetzt einfach erstmal die, weil die teurer ist. Zack. Ja, sieht genauso aus wie vorher. Und dann... Ui, die leuchtet jetzt blau. Okay, dann ab dafür. Und dann haben wir ja auch fast alles geupgradet. So, der öffnet jetzt wahrscheinlich den da hinten. Ich hab's mir gedacht. Ähm, vor allem nicht so wirklich hoch. Ach, okay. Scheiße, an der Ecke. Kannst du gleich knicken nochmal. Nochmal. Okay, durch. Hand. Ja. Da geht's runter. Hey. Oh, der geht aber schnell. Äh. Hallo? Hallo? Jetzt ist der Fake, oder was? Hm. Schön, ich hab den Goldzahn nicht aufgehoben. Ach, Mann. Ach, Mann. Da sind Fingerabdrücke an den Scheiben. Ach, mal was Neues. Der hält das oben hier, oder was? Und der? Äh. Was machst du? Ja. Ja, mhm. Also, der hebt das da hinten an. Genau. Und dann haben wir den hier. Das schaffen wir andersrum nicht, aber so vielleicht. So. Öh. Okay. Das hat jetzt den Rückweg geöffnet, ja? Oder wie? Oder was? Ach, hier. So. War hier noch was? Hier war ich doch schon, oder? Ist das nicht genau der Raum, wo ich schon war? Ja. Achso, ja klar. Aber um an der Star dran zu kommen. Eine Lunge mit einem Oktopus drunter. Ah, das ist herrlich hier. Ähm. Hier war ich doch auch schon. Moment. Kurze Orientierungslosigkeit. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich bin hier durch. Ach, da vorne. Ja. Scheint so. Sieht so aus. So. Da geht's zu den freaky Mädels. Oh mein Gott, hier ist aber viel aufgemalt. Da geht's zum Puppenmädchen. Zu dem Zug. Zu den bekloppten Mädels. Nochmal so ein Puppenmädchen. Ähm. Was haben wir hier? Ist das das gleiche Prinzip wie... Ja, anscheinend schon. Das gleiche wie im Schloss bei der Königin. Okay. Ähm. Ja, dann gehen wir erstmal hier so genau. Wo? Wo? Ja, wo ist er? Ja, das ist mir. Oh, ich gehe. Ja. Ja, das weiß ich. Da ist Bunny drauf. Und dann muss ich mich aber echt beeilen, um da um die Ecke zu kommen, ne? Obwohl es eigentlich umgekehrt mehr Sinn machen würde. Da komme ich gar nicht rauf. Toll. Ich glaube, das macht echt umgekehrt mehr Sinn, oder? Moment. Wo komme ich denn da oben hin? An einem Goldzahn oder so. Aber von da aus geht's dann tatsächlich auch weiter. Ist das nicht die gleiche Plattform sogar? Machen wir das jetzt einfach mal... ...so rum. Da war auch gerade irgendwas. Das ist mir jetzt aber egal. Okay, ne, andersrum geht's nicht. Ähm. Da ist ein Pilz. Okay. Andersrum geht es nicht. Dafür sind wir dann zu niedrig auf der einen Seite. Also... ...nochmal den Weg drumherum. Weil's so schön war. Öh. So. Dann... ...hier drauf. So. Okay. Ach, da sind wieder herrliche Dinge in Gläsern. Schön. Ähm. Ein Gehirn zum Beispiel. Ein Auge Ratten. Ratten mit Blindenstöcken. Und Brillen auch. Äh. Okay. Wir sehen aus wie die aus Shrek. Mhm. Ich guck mal eben hier. Was war da? Außer dem Zahn. Nix. Und da oben viel zu regnen. Guck mir an. Guck doch mal. Ich kann hier nichts sehen, Mensch. Boah. Drei Stück. In die Fresse. Und der letzte auch. Komm. So. Ist hier Ruhe. Okay. Ich glaube, ich muss das hoch machen, um da dran zu kommen. Und das hoch machen, um da dran zu kommen. Gucken wir mal. Ob vielleicht... ...eins von beiden ein Secret aufdeckt. Wahrscheinlich schon. Aber da komm ich nicht drauf. Nie im Leben komm ich da hoch. Ich höre es jetzt in dem Moment, wo das runterkommt. Das kommt ja relativ langsam. Nee. Definitiv nicht. Ähm. War ich jetzt auch zu früh. Aber... Welcher von beiden Wegen ist jetzt der, wo es weitergeht? Probieren wir es nochmal. So. Banni kaputt. Und dann... Ach, fast. Bin da noch zu früh. Aha. Ein Versuch noch. Auf die Art. So. 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 Ne. Niemals. War nur andersrum. Ja. Wird auch richtig sein. So. Hier rüber. Da haben wir ne Erinnerung auf der Ecke. Ja. All diese Studenten, die nach Papas Aufmerksamkeit lächzen. Darf ich den Teewärmer halten, Sir? Darf ich einschenken, Sir? Speichellecker. Wer war denn? Vielleicht war ja unser Vater irgendwie Professor an der Universität oder sowas. Dass die da alle, ne? Wenn die Studenten sich darum bemühen, dass der dass der die ganz toll fand, dann und das würde auch erklären, warum der Bambi ähm wie jetzt? Für die Erinnerung und den Zahn? Ne, da geht's weiter. Ähm, warum der Bambi dann halt? Achso, ja, das macht Sinn hier. Hm. Ja, so furchtbar viel Sinn macht das jetzt allerdings auch nicht. Wo geht's denn da hin? Ein Pils? Ja, genau. Mit dem kommen wir dann irgendwie da hoch. Ähm. Okay, also nochmal das Ganze. So, Banni. Pils. Wenn ich jetzt noch auf die Plattform käme, wäre das prima. Äh. Moment, wie mach ich denn das jetzt eigentlich am besten? Ich kann ja nur... Ja, von da aus schaufe ich das auf die Plattform. Das ist mir schon... Ist mir schon klar, wie das gemeint ist. So. Das war jetzt aber auch mehr... Uah. Ne? Mehr Glückssache. Als alles andere. So. Ja, hinter mir ist zu. Okay. Schön. So viel Plattformgewirrwarr hier wieder. Was soll ich mir jetzt für die Zähne da die Mühe machen? Da. Schießen. Wo drauf? Ah, da. Ausnahmsweise mal ohne Zeiträtsel und so. Das ist aber nett. So, jetzt ist da eine Plattform erschienen. Das hab ich gesehen. Und da drüber auch. Okay. Okay. Schön, hier ist nochmal sowas mit nem Raben. Alter. Wer auch immer hier gebastelt hat, hat echt ordentlich einen an der Waffel. So, was öffnet das? Noch so ein Ding. Und zwar... Mhm. Ja, äh... Klar, doch. Mal eben gucken. Wenn ich das jetzt hier, dann kommen da die Stacheln raus. Ne? Ja, klar. Okay. Okay, dann... Dann muss das wohl sein. Und ich seh mich schon wieder ganz furchtbar versagen. Wo ist es denn? Da. Bitte, 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 bitte. Fahr. Hm. Okay. Ja, dann hier, ne? So. So. Und so. Was öffnet das? Noch so ein Teil. Oh. Und zwar da. Ja, okay. Machen wir eben mal hier. Und einmal kurz da. So. Mal eben schauen, was wir da haben. Ja, schön. Goldzähne. Okay. So. Dann geht's... Da hat einer auf jeden Fall Vogelteile gerne zusammengebastelt mit, äh... ...mit menschlichen Teilen oder halt von anderen Tieren eventuell auch. Das kann ja auch ein Mäusebrustkorb sein oder so. Man weiß es nicht. So. Was ist denn da unten im Moment? Also da geht's dann anscheinend irgendwie weiter. Gleich. Ich guck mal erstmal, dass wir das da oben geregelt kriegen. Nein, hängt doch nicht fest hier. Scheiße. Ja. Das wird nix. Ai, 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 ai. Äh, wenn die blöde Tickkanone nicht immer ausgerüstet wäre. Ich meine, ich bin ja selber diejenige, die's ausgerüstet, aber, ne. Ach, wie ärgerlich. So, weiter geht's. Nochmal. Nochmal das Ganze. So, zack. So. Ja. Und die nächste Druckplatte. Okay, so. Für Gottes Willen. Boah. So. Ja. Wieder eine unsichtbare Plattform. Ja. Und ist da noch was? Nein. Gott, ey. Sieht auch lustig aus da vorn. Nein! Flieg nicht weg! Okay, wer ist jetzt halt gewillt hier? Aber mir fällt gar nicht ein, was ich so reden könnte. Ich finde das... Da ist man hier hochkonzentriert. Ich weiß nicht, so viele Sprungrätsel hintereinander hatten wir glaube ich noch nie. Ich... Mhm. Mhm. Kommt das runter? Aha, ja. Hinter mir. So. Ist das an der Wand? So. Wenigstens kann man die Stacheln berühren. Seitlich. Ohne dass man dann gleich verreckt. Und... Hier ist eine Blutspur am Boden. Äh... Unten ein Püppi-Mädchen. Ja komm, wir machen das mit T, ne? T ist am besten. So. Oh. Ist das schon wieder ein großer? Ah. Ja, ich sehe zwar kaum was, aber mach mal. Aus dem Ruckfeld da ist wieder wie Scheiße. Wegen dem Till. Aua. Ach so, okay. War gar kein großer, war nur das, was ich da hinten im Hintergrund gesehen habe. Dieses rot-schwarze mit dem... Mit den Gesichtern. So. So. So war dann noch was, oder? Ne. Hier noch was. Ja, was ist... Und gute Absichten sind noch lange kein Handel. Hmm. Bam. Ach du heilige Scheiße. Ja, genau. Kann ich mir das mal eben von oben angucken? Ist so Glas drüber, oder? Ah ja. Ich frage mich gerade, ob mir das was bringt, dass ich das von oben sehe. Ich glaube wahrscheinlich eher nicht. Ach so, dass es mir Angst macht. Also das öffnet dann wahrscheinlich hier oben die Tür. Die unentdeckte Schuldige und der zu Unrecht Beklagte teilen ein ähnliches Schicksal. Gefängnisse und Ketten haben viele Gesichter. Nummer zwei. Jetzt geht's los hier. So. Ja, geh weg. Ach, da kommt ne Wand. Ja, schön. Woher soll man das denn auch? Machen wir so, ne? Okay, wenn es das nächste Mal weg geht, dann... Geht runter. So. Kann ich mich hier drauf? Hm. Okay, Nummer drei. Nein. Nein. Nein, ich schießt. Umdrehen. So, jetzt hatte ich Glück, dass ich da irgendwie auf ner Kante stand. Und mich da nicht wegbewegt habe. So. Uff. Ja, das kann ich auch direkt durch. So. Irgendwelche Wände, die auf mich zukommen. Nein, schau. Oder war das hier nur um das... Ne, das war nur um das zu ver... Verdingsen. Okay. Wo hat sich denn jetzt hier was geöffnet? Hier hinten irgendwo, oder? Da nicht. Da war ich ja schon. Da auch nicht. Hä? Gang Nummer 4 muss doch jetzt aufgegangen sein, oder? Ja, ist er ja auch. Aber da ist... Ich hab jetzt gedacht, das wär der gleiche und... Rot und grün. Zwei unterschiedliche... So. Ja, jetzt geht die Tür auf. Okay. Das ist aber hier... So. λέ? So. 예요 calls... ... ... Vielen Dank.